Tatjana! Mike, stando! Wir haben uns am Pool gesehen und davor auch schon. Hey! Sieh an, sieh an! Ja, der gute alte Mike. Wir haben Schwanz der Vampire. Ist das sowas wie Tanz der Vampire? Aber was wollen Vampire denn mit Schwänzen anstellen? Was war das? Sie spricht im Schlaf. Sie sagt total verrückte Sachen, wenn sie schläft. Sieht aus, als würde sein Schwanz gleich platzen. Er ist total hart! Tatjana! Aber was ist hart? Julio, mein Schüler. Ich unterrichte ihn per Skype, weil es für ihn einfach wahnsinnig hart auf dem Schulhof ist. Wenn du nicht gleich kommst, fang ich an zu masturbieren. Ach, wie ärgerlich. Ich muss wieder rein. Das hört sich an, als würdet ihr euch Pornos ansehen, oder? Nein. Tatjana! Irgendwie riecht's dir nach Gras. Nein. Braucht ihr etwa Gras da drin? Das war ein Stinktier. Ich muss wieder rein, denn die vielen Kinder wollen wissen, ob sie in die dritte Klasse versetzt werden oder nicht. Okay, also ich werd auch mal ein paar Noten verteilen. Und Süße, du kriegst dann eine Eins-Plus. Ja, vielen Dank. Ist das okay? Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.